Mein Name ist Veronika Fritz, ich bin Redakteurin für Energie und Mobilität hier am SMC und wir möchten hier heute mit drei Experten die Frage diskutieren, wie Deutschland seine Klimaziele im Verkehrssektor einhalten kann. Ich freue mich, dass Stefan Gößling, Patrick Plötz und Stefan Kassen bei uns sind. Ich stelle sie gleich noch genauer vor. Zuerst aber kurz zum Kontext für dieses Pressbriefing. In den letzten Tagen ist eine neue Debatte um den Klimaschutz im Verkehrssektor entstanden. Hintergrund war der Streit um die Novelle des Klimaschutzgesetzes. Das Kabinett hatte sich ja bereits letztes Jahr auf die Neuerung geeinigt, die Fraktionen haben aber noch gezögert. Streitpunkt war wohl vor allem die Verantwortlichkeit der Ministerien im Falle von Zielverfehlungen. Nächste Woche wird das neue Gesetz nun vermutlich im Bundestag verabschiedet. Und das bedeutet für den Verkehrsminister, er muss kein Sofortprogramm vorlegen, das Maßnahmen enthält, mit denen die Klimaziele im Verkehr in den kommenden Jahren eingehalten werden können. Obwohl die Emissionsziele im Jahr 2023 deutlich überschritten wurden, das hat der Expertenrat für Klimafragen am Montag nochmal deutlich bestätigt. Im Jahr 2023 hat der Verkehr nach Zahlen des Umweltbundesamtes gut 20 Prozent der deutschen Emissionen verursacht. Wenn Deutschland seine mittel- und langfristigen Ziele erreichen will, führt also kein Weg daran vorbei, auch den Verkehrssektor zu dekarbonisieren. Und mit welchen Maßnahmen man das am sinnvollsten umsetzen kann, sowohl kurzfristig als auch langfristig, darüber möchten wir heute hier diskutieren. Vorher noch ein kurzer Hinweis an Sie, liebe Journalistinnen und Journalisten. Stellen Sie gerne viele Fragen, bitte schreiben Sie diese aber in den Frage- und Antwortbereich bei Zoom und nicht in den Chat, dann ist es für uns einfacher, die Fragen zu sammeln, eventuell zusammenzufassen und sie den Experten zu stellen. Eine Aufzeichnung des Gesprächs finden Sie dann ab heute Mittag auf unserer Website. Das Transkript spätestens morgen, vielleicht auch schon heute Abend ebenfalls auf der Website. Und eine maschinell erstellte Rohfassung des Transkriptes und die Audio- und Videodateien können Sie über den Link der Einladungs-Mail etwa eine Stunde nach Ende des Press-Briefings herunterladen. Nun darf ich als erstes Stefan Gößling begrüßen. Er ist Professor für Tourismus an der School of Business and Economics an der Linné University in Kalmar in Schweden. Er erforscht Mobilität vor allem durch interdisziplinäre Herangehensweisen und bezieht die Felder Geografie, Ökonomie, Soziologie und Psychologie mit ein. Außerdem kann er in der Diskussion heute auch internationale Perspektiven einbringen. Außerdem ist Peter Kasten bei uns. Er ist stellvertretender Leiter des Bereichs Ressourcen und Mobilität am Öko-Institut in Berlin. Er beschäftigt sich unter anderem mit Wirkungsanalysen von Klimaschutzinstrumenten im Verkehrssektor. Und schließlich begrüße ich Patrick Plötz. Er ist Leiter des Geschäftsfelds Energiewirtschaft am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Elektrifizierung des Verkehrs. Er beschäftigt sich aber auch mit alternativen Antrieben und analysiert politische Maßnahmen zur Emissionsminderung. Schön, dass Sie alle drei hier sind und sich heute Zeit nehmen für unsere Diskussion. Meine erste Frage geht an Herrn Plötz. Die Neuerung des Klimaschutzgesetzes wurde in den vergangenen Tagen vor allem im Hinblick auf den Verkehrssektor diskutiert. Welche Auswirkungen könnte die bevorstehende Gesetzesänderung denn auf die Emissionen im Verkehr in den nächsten Jahren haben? Ja, guten Morgen. Es steht natürlich zu erwarten, dass durch das abgeschwächte Klimaschutzgesetz, das heißt, indem es keine sektorscharfen Ziele mehr gibt, die Diskrepanz zwischen Zielen und tatsächlichen Emissionen im Verkehr tendenziell weiter ansteigen wird. Und das hat mehrere Auswirkungen auf Deutschland. Zum einen bleiben wir damit natürlich insgesamt unseren nationalen Klimaschutzzielen hinterher. Und zum anderen bedeutet es, dass Deutschland aufgrund der Lastenverteilungsverordnung der Europäischen Union in naher Zukunft in erheblichem Umfang Zertifikate kaufen muss von anderen Ländern, die ihre Ziele erfüllen. Das heißt, durch diesen unterlassenen zusätzlichen Anstrengungen Klimaschutz im Verkehr kommen da auf Deutschland in erheblichem Umfang zusätzliche finanzielle Belastungen zu, die aus dem Bundeshaushalt beglichen werden müssen. Okay, vielen Dank. Ich denke, das Klimaschutzgesetz wird sicherlich auch in der Diskussion heute immer wieder eine Rolle spielen. Zunächst aber vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund, dass die Emissionen im Verkehr im Vergleich zu anderen Sektoren besonders langsam sinken, ist ja nicht neu. Herr Gößling, woran liegt das? Warum tut sich der Verkehrssektor so schwer bei der Reduzierung von Emissionen? Guten Morgen auch von meiner Seite. Die Situation, die wir haben, ist natürlich nicht über Nacht entstanden. Wir haben wissenschaftlich schon vor vielen Jahren darauf hingewiesen, dass wir uns in einer Richtung bewegen, die mit den Klimazielen nicht vereinbar ist. Leider ist aber die Forschung nicht sehr stark berücksichtigt in der deutschen Verkehrspolitik. Darum haben wir eine Entwicklung, die eigentlich auf zwei Dinge hinausläuft. Das eine ist, es sind immer mehr PKW und auch Nutzfahrzeuge im Umlauf, im Einsatz. Wir haben also in vielen Jahren in der Vergangenheit plus eine Million netto gehabt und mehr. Jetzt im letzten Jahr, 2023, ist die Fahrzeugflotte um 688.000 Fahrzeuge netto gewachsen. Das ist der eine Trend, der natürlich dazu führt, dass bei mehr Fahrzeugen die relativen Effizienzgewinne weniger zu Buche schlagen. Dann haben wir aber einen zweiten Trend, das ist, dass wir immer schwerere Fahrzeuge im System haben und auch höher motorisierte Fahrzeuge. Und auch da haben wir zeigen können, dass die höhere Motorisierung dazu führt, dass die Emissionen steigen oder im besten Fall sich stabilisieren. Das sehen wir auch in der Statistik. Da gibt es eben keine signifikante Abnahme. Und als letzten Trend dürfte man dann vielleicht auch noch viele Details nennen. Zum Beispiel die Oldtimer-Regelung, die wir in Deutschland haben. Das sind auch mittlerweile über 700.000 Fahrzeuge, die eigentlich schon aus gesundheitspolitischen Erwägungen nicht mehr fahren sollten, weil die sehr hohe Emissionen nicht nur an Klimagasen, sondern auch an Luftschadstoffen verursachen. Und damit also das Gesamtsystem weiterhin in eine Richtung sich entwickelt, die ganz sicher zu noch mehr Problemen in der Zukunft führen wird. Vielen Dank. So viel erstmal zu den Ursachen der Probleme. Herr Kasten, die nächste Frage an Sie soll den Blick auf die mittel- bis langfristige Zukunft richten. Wie könnte denn ein ambitionierter, aber realistischer Emissionsfahrt für die nächsten Jahre und Jahrzehnte für den Verkehrssektor aussehen? Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Und Herr Gößling hat ja die Herausforderung angesprochen. Wir sehen gerade überhaupt keine Verkehrswende. Das heißt, der Straßenverkehr ist weiterhin im Zentrum oder ist das zentrale Verkehrsmittel. Und dementsprechend muss man einerseits an die Verkehrsleistung der Straßenfahrzeuge ran und an die Elektrifizierung. Also man muss die Straßenfahrzeuge dann auch emissionsfrei fahren lassen. Und das sind die beiden Hauptstrategien. Und ein realistischer Pfad kann es sein oder muss es sein, strukturell einfach im Verkehrssektor eine Wende hinzubekommen. Einerseits zu mehr Verlagerung der Verkehrsträger, zu mehr öffentlichen Verkehren, zu mehr Radverkehr. Aber auch, wie gesagt, die Elektrifizierung ist ein ganz entscheidender Punkt. Und wir haben gezeigt in Studien, dass man auf erhebliche Minderungen kommen kann, auch recht schnell kommen kann, wenn man politisch das will und wenn man politisch die Rahmenbedingungen so gestaltet, dass eine Elektrifizierung angereizt wird, dass eine Verkehrsverlagerung angereizt wird. Und dazu gehört dann einfach eine geänderte Abgaben- und Steuersystematik im Verkehrssektor, die ist bisher überhaupt nicht am Klimaschutz ausgerichtet. Und auch brauchen wir Investitionen in öffentliche Verkehrsmittel, damit einfach die Kapazitäten gesteigert werden, dass die Qualität des öffentlichen Verkehrs gesteigert wird und dass einfach auch Städte umgebaut werden können, dass sie fahrradfreundlicher werden, damit die Leute, wenn das fossile Fahren teurer wird, auch umsteigen können auf andere Verkehrsmittel. Ein Hinweis nochmal an die Journalistinnen und Journalisten. Stellen Sie gerne Ihre eigenen Fragen. Es ist hier vor allem eine Chance, dass Sie Ihre Fragen an die drei Experten stellen können. Genau, nutzen Sie dafür gerne die Frage-Antwort-Funktion. Vielleicht nochmal an den Herr Kasten. Können Sie bei den Emissionsbefaden nochmal etwas konkreter werden, also vielleicht eine grobe Größenordnung geben, was realistisch ist, in welchen Jahren man wie viel Emissionsminderung im Verkehr ungefähr schaffen könnte? Also gerade ist es ja so, dass wir uns mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau seit ein paar Jahren bewegen. Wir haben in Studien gezeigt, dass man sehr schnell mindern kann oder eine strukturelle Minderung hinbekommen kann auf 85 Millionen Tonnen im Jahr 2030 und sogar ein bisschen darunter. Das wären aber sehr ambitionierte politische Maßnahmen. Das hieße von heute knapp unter 150 Millionen Tonnen bis zum Jahr 2030 auf, sagen wir mal, 80 bis 85 Megatonnen. Das ist sehr ambitioniert. So eine Minderung ist unserer Einschätzung nach möglich, wenn man das politisch sehr ambitioniert ausgestaltet. Wenn man nicht ganz so ambitioniert geht, sind sicherlich Minderungen bis auf 90, 95 Megatonnen im Jahr 2030 realistisch. Und ja, das ist ein Pfad, den ich mir gut vorstellen kann. Vielleicht die nächste Frage an Herrn Plötz. Sie haben ja eben schon die EU-Lastenteilung angesprochen als Stichwort. Kann man schon abschätzen, wie teuer es wird, wenn die Verkehrsemissionen kaum sinken in Deutschland? Weil die Sektorziele sind ja nicht nur im alten deutschen Klimaschutzgesetz festgehalten, sondern eben auch durch die EU-Regelung der Effort-Sharing-Regulation gibt es da festgeschriebene Emissionsziele. Ja, das lässt sich abschätzen. Es lässt sich nicht ganz genau berechnen, weil es stark davon abhängt, was die anderen Länder auch machen und wie groß die Zielverfehlung in Deutschland sein wird. Aber verschiedene Rechnungen zeigen, dass das sehr schnell pro Jahr einige Milliarden Euro werden können oder auch in Summe bis 2030 ein zweistelliger Milliardenbeitrag zusammenkommen kann, den Deutschland dann an andere EU-Staaten für Zertifikate zahlen müsste, anstatt das Geld im Klimaschutz im eigenen Land zu investieren. Vielen Dank. Ja, Herr Kasten, ergänzen Sie gern. Um es vielleicht noch mal ein bisschen zu konkretisieren. Es ist ja zuletzt in den Zahlen des Projektionsberichtes veröffentlicht worden, des Projektionsberichts 2024. Das sind die offiziellen Projektionen der Bundesregierung. Und dort sieht man einfach eine Zielverfehlung in Deutschland im Rahmen der Effort-Sharing-Regulation von knapp 130 Millionen Tonnen. Und daraus kommen die Summen, die Patrick Plötz eben genannt hat, wenn man dort mit 100 Euro pro Tonne CO2 rechnet, liegen wir so bei 13 Milliarden Tonnen. Das ist ein Preis, den wir mindestens erwarten. Also wir dürften so in der Größenordnung 10 bis 20 Milliarden an Kosten für den deutschen Staatshaushalt liegen, die wir im Rahmen der Effort-Sharing-Regulation an andere EU-Länder überweisen müssen. Vielen Dank. Noch eine Frage der Journalisten und Journalisten. Und zwar in Berechnungen, zum Beispiel im Projektionsbericht 2023, waren Radfahren und Bahnausbau relativ gering in der Wirkung, was die Emissionseinsparungen eingeht. Da ist die Frage, war das realistisch und liegt vielleicht an mangelnden Ambitionen oder könnte das auch unterschätzt gewesen sein, der Effekt? Im Projektionsbericht 23 war es so, dass die Grundannahme für den Schienenverkehr bereits sehr hoch war. Also dort waren die im Basisszenario die Annahme, dass wir schon sehr schnell den Deutschlandtakt erreichen. Die Annahme waren sehr ambitioniert und dementsprechend waren zusätzliche Minderungen mit einer geringen zusätzlichen Treibhausgasminderung versehen. Daher kommt diese geringe Zahl für den Schienenverkehr. Beim Radverkehr ist es so, dass die Minderungswirkung in Bezug auf Treibhausgasemissionen relativ gering ist. Einfach weil wir geringe Reichweiten zurücklegen mit dem Rad. Der Radverkehr ist dennoch wichtig. Da geht es aber um andere Ziele. Da geht es um Luftschadstoffe, da geht es vor allem um Gesundheit, die Vermeidung von Unfällen. Dementsprechend ist es trotzdem wichtig, den Radverkehr zu fördern. Und indirekt können natürlich auch Wirkungen entstehen, dass einfach Gewohnheiten und gewohnte Wegeketten weniger auftreten als derzeit und dementsprechend indirekt eine Wirkung stattfindet und weniger Auto gefahren wird. Vielen Dank. Eine Frage, die die ganz gut daran anschließt und vielleicht Herr Gößling gut beantworten könnte, ist die Frage, welche Rolle das Statussymbol Autofahren spielt und ob es hier auch Veränderungen bezüglich der Werte und Identitätsvorstellungen der Menschen gibt und vielleicht auch noch anschließend, ob das in Deutschland bei uns hier sehr besonders ist und ob das im Ausland vielleicht anders aussieht. Das ist eine wichtige Frage. Ich habe mich 2016 damit so intensiv auseinandergesetzt, dass ich ein ganzes Buch darüber geschrieben habe, über die Psychologie des Autos, einfach um erstmal zu verstehen, warum diese Bindungen an das Auto so groß sind. Wir haben also nach wie vor erstaunlicherweise diese sehr hohen symbolischen Werte, die mit dem Auto verbunden sind. Es gilt gerade auf dem Land immer noch, dass das Auto so ein bisschen zeigt, wer da wohnt. Und natürlich hat das Auto auch viele andere Funktionen. Da sprechen wir von affektiven Werten. Das ist auch häufig unverstanden, dass ein Auto eben nicht nur ein Transportmittel ist, sondern es dient auch sehr vielen anderen Zwecken. Von der Partnerfindung bis hin zur Rebellion, dass man sich sozusagen auflehnt, indem man Verkehrsregeln missachtet. Das ist alles sehr schön nachgewiesen in der Psychologie und ist ein recht wesentlicher Bestandteil auch für die Politik eigentlich. Denn wir sollten eigentlich versuchen zu vermeiden, gegen das Auto zu argumentieren, dass wir sofort Widerstände hervorrufen und versuchen für bessere Verkehrssysteme zu kämpfen, die dann Leute dazu bringen, freiwillig umzusteigen. Das ist also ein bisschen ein Problem, dass das Auto so relevant ist. Aber man kann das mit vielen Strategien auch kommunikativer Art eigentlich vermeiden. In Kopenhagen haben wir zum Beispiel eine Radrevolution gesehen, die eigentlich immer nur das Fahrrad positiv präsentiert hat, aber nie ein Wort überhaupt über das Auto verloren hat und gleichzeitig aber auch umstrukturiert hat im Hintergrund. Es gibt ja viele Gesetze und Regeln, zum Beispiel was Falschparken angeht, in Städten, wo eine ziemliche Laissez-faire-Haltung herrscht und deswegen eben auch dem Auto mehr Platz eingeräumt wird und mehr Möglichkeiten eingeräumt werden, als es sein müsste. Man könnte also durchaus da stärker steuern, ohne diese affektiven und symbolischen Werte dann zu stark unter Beschuss zu nehmen. Vielleicht auch eine Frage, wo das Thema Werte oder Statussymbol mit reinspielt, ist die Frage zum Tempolimit. Die Diskussion ist jetzt ja auch im Nachklang der Aussage, gewisslich zu den Fahrverboten, wieder hochgekommen. Die Frage vielleicht auch an Sie, Herr Gössing, Sie haben ja dazu geforscht, wie viel brächte ein Tempolimit an CO2-Vermeidung ein? Lässt sich das quantifizieren? Ja, um es kurz anzuhängen, das Tempolimit teilt tatsächlich auch die Fahrer. Da gibt es die eine Seite, die sagt, ich finde das sehr schön, das ist auch die größere Gruppe. Und dann gibt es eine sehr kleine, sehr vokale Minderheit, die sehr weit gehen würde, um dieses Tempolimit zu verteidigen. Wir wissen auch aus unserer Forschung, dass das tatsächlich so ein wichtiges Thema ist für manche Menschen, dass das Wahlverhalten sich daran festmachen kann. Das heißt, wenn im Moment eine Weigerung stattfindet von der FDP gegen den mehrheitlichen Bevölkerungswunsch, ein solches Tempolimit einzuführen, ist das sicherlich auch, weil es appelliert an einige spezielle Zielgruppen. Zum Tempolimit kann ich nicht sagen, dass wir selber dazu gerechnet hätten. Es gibt die Zahlen vom U-Bahn, die zeigen ja, dass je nachdem, ob man Tempo 130, 120, auch vielleicht in der Kombination mit Tempo 80 auf Landstraßen, mit den Effekten, die das dann haben würde, weil natürlich ein langsameres Autoverkehrssystem auch dazu führen würde, das wiederum ein schnellerer Schienenfernverkehr attraktiver würde, kann man mit bis zu 8 Millionen von CO2-Äquivalenten Einsparung rechnen. Laut U-Bahn, das wären ungefähr 5 Prozent der Emissionen, die dann verschwenden in dem Szenario Kombination 120, 80. Und Tempo 80 auf Landstraße übrigens eingeführt in Frankreich, mit großem Erfolg, um Unfälle zu verhindern. Und es war ein Probelauf, den man jetzt verstetigt hat, einfach weil die Effekte so positiv waren. Vielen Dank. Herr Sötz? Ja, ich würde vielleicht kurz ergänzen. Also Herr Gößling hat jetzt schon das Positivbeispiel aus Frankreich angesprochen. Die Niederlande haben vor allem wegen NOx-Emissionen auch das Tempo auf Autobahnen noch weiter gesenkt. Es war am Anfang nicht sonderlich beliebt in der Bevölkerung, aber inzwischen, nach geraumer Zeit der Einführung, sind die Holländer sehr zufrieden damit und wollen nicht auf die alte Geschwindigkeit zurück. Also man muss sagen, aus wissenschaftlicher Sicht ist das Tempolimit eine fantastische Maßnahme, eine fantastische politische Maßnahme. Es adressiert sofort den gesamten fossilen Pkw-Bestand. Es kostet überhaupt kein Geld. Sie haben höchstens minimalen Ausfall bei Energiesteuereinnahmen im Bundeshaushalt. Es ist nicht mal ein Gesetz, es muss nicht im Bundestag, es muss nur die Straßenverkehrsordnung geändert werden. Dafür reicht ein Kabinettsbeschluss. Man hat gleichzeitig weniger Unfälle, besseren Verkehrsfluss, weniger Tote, weniger Schadstoffbelastung, alles kostenlos sofort umsetzbar. Es ist also ein Traum von einer Maßnahme. Und wie gesagt, die Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass auch eine Maßnahme, die vielleicht anfänglich nicht von der Gesamtbevölkerung gut gefunden wird, dann doch auch im Nachgang sehr populär werden kann, auch in einer breiteren Bevölkerung. Dankeschön. Bleiben wir noch mal kurz beim Thema Kosten. Hier gibt es die Frage, welche Folgen das Nichtstun im Verkehrssektor für die Kosten der fossilen Mobilität hätte, vor allem im Hinblick auf den ETS 2. Also kann man da schon sagen, von welchen Preissteigerungen man ausgehen muss bei Benzin und Diesel? Vielleicht sogar in Angabe von Cent pro Liter. Gerne Herr Kast vielleicht. Die Auswirkung vom ETS 2 ist gerade im Moment sehr schwierig abzuschätzen, weil dieses System einfach noch nicht existiert. Wovon wir ausgehen können, es gibt ja ein politisches Ziel, das Gesetz, das im ETS 2, das sind die 45 Euro pro Tonne CO2. Das ist einfach politisch festgelegt worden in den Verhandlungen. Was wir wissen ist, dass die Maßnahmen, um den Preis auf den 45 Euro pro Tonne CO2 zu halten, dass die nicht ausreichen, um diesen Preis zu halten, weil in Europa die Emissionen über dem Cap aller Wahrscheinlichkeit liegen werden. Dementsprechend ist unsere Einschätzung, dass die Preise nach der Einführung über die 45 Euro pro Tonne CO2 steigen werden. Wie hoch, das ist schwierig abzuschätzen. Und dann kommt es auf die Politik darauf an, ob sie bereit ist, einen höheren Preis zu akzeptieren. Weil wie gesagt, in politischen Verhandlungen kam dieser politisch gesetzte, gewünschte Preis von 45 Euro pro Tonne CO2 heraus. Das ist auch verständlich aus der Sicht von osteuropäischen Ländern, südeuropäischen Ländern, wo das Einkommensniveau einfach sehr viel niedriger ist, weil in diesen Ländern 45 Euro pro Tonne CO2 was anderes bedeutet als jetzt bei uns. Und wir werden dann sehen, ob die Politik einen höheren Preis durchhalten wird oder nicht. Wenn wir solche Rechnungen machen, das haben wir in verschiedenen Projekten gemacht, wenn wir dort die Ziele einhalten wollen, landen wir so in der Range 250 bis 350 Euro pro Tonne CO2. Das ist sicherlich ein CO2-Preis, der politisch über ganz Europa sehr schwer durchzuhalten ist, wo ich nicht davon ausgehen würde, dass denen die Politik durchhalten wird. Vielen Dank. Bleiben wir noch mal beim Kostenpunkt. Der Expertenrat hat am Montag als mögliche Maßnahme erneut den Abbau klimaschädlicher Subventionen genannt, zum Beispiel Dieselprivileg, Dienstwagenbesteuerung, Pendlerpauschale. Sind das Ihrer Meinung nach Maßnahmen, die man umsetzen sollte, trotz der Auswirkungen für Pendler? Zum Beispiel vielleicht Herr Plötz? Ja, definitiv. Der Abbau oder Umbau klimaschädlicher Subventionen hat ja einiges zur Diskussion hervorgerufen in den letzten Monaten, vollkommen zu Recht. Also wenn man mal durchrechnet, was das in, also die verschiedenen Subventionen, die es da gibt, das Dieselprivileg, die Entfernungspauschale, da kommen teilweise ein Euro pro Liter Benzin zusammen, was da sozusagen der Staat effektiv fördert, statt fossiles, also statt Nutzung fossiler Energieträger zu verteuern. Das sind also für einige Nutzergruppen schon erhebliche Steuervorteile. Und es ist sicher sowohl politisch als auch verfassungsrechtlich bei einigen der angesprochenen Themen nicht ganz einfach, das komplett abzubauen. Deshalb plädieren wir und andere Autoren eher dafür, dass diese klimafreundlich umzubauen sind. Also dass man das ganze Steuern- und Abgabensystem, das eigentlich zeigt, wie tief wir noch in dieser fossilen Welt stecken und wie früh am Anfang der Transformation wir eigentlich sind, sehr stark auf CO2 ausrichtet. Und dass dann, sagen wir mal, erhebliche Steuervorteile nur noch wirklich für klimafreundliche Alternativen zur Verfügung sind. Das wäre also vor allem bei den Dienstwägen, die derzeit sehr viel weniger besteuert werden, als die tatsächliche private Nutzung entspricht, dass man bei der Entfernungspauschale klimafreundliche Verkehrsmittel stärker bevorteilt. Da ist zum Beispiel, die Werbungskosten sind nur beim Pkw nicht nach oben gedeckelt. Bei allen anderen sind sie gedeckelt. Und so gibt es da bei der Dieselsteuer und verschiedenen anderen existierenden umweltschädlichen Subventionen im Verkehr erheblichen Umbaubedarf. Und das sind alles Maßnahmen, die nicht sofort sehr große Wirkungen erfalten, die aber zwingend notwendig sind, um mittelfristig und langfristig wirklich große Wirkungen zu entfalten und diese ambitionierte Klimaschutzreduktion, die wir bis 2030 und darüber hinaus brauchen, zu ermöglichen und auch für die Bürgerinnen und Bürger zu begleiten. Vielen Dank. Direkt an Herr Karsten. Ich bin ja vorhin eingestiegen mit der Aussage, dass die Abgaben- und Steuersystematik auf Klimaschutz ausgerichtet werden müsste. Und das ist genau ein Teil davon, dass diese klimaschädlichen Subventionen abgebaut werden. Und wir sind ja gerade im Bundeshaushalt, gerade auch in einer Situation, wo wir dringend Mittel suchen für Investitionen. Auch aus diesem Hinsicht, also nicht nur aus einer Klimasicht, nicht nur aus einer sozialen Gerechtigkeitssicht, sondern einfach auch aus einer bundeshaushalterischen Sicht, wäre es eigentlich geboten, diese Subventionen, die klimaschädlich sind und auch zu sozialen Ungerechtigkeiten führen. Also gerade, wenn wir uns die Dienstwagensteuer anschauen, die sozialpolitisch verheerend wirkt, ist es geboten, eigentlich diese Subventionen wirklich abzubauen. Vielleicht, Herr Gößler, können Sie noch etwas dazu sagen, wie Sie die gesellschaftliche Akzeptanz für diese Maßnahmen einschätzen? Sind das realistische Forderungen? Beim Tempolimit gibt es ja nun unzählige Studien, die eine breite Bevölkerungsmehrheit für Maßnahmen andeuten. Wie es beim Dienstwagenprivileg ist, bin ich nicht ganz sicher. Die Mehrheit der Bevölkerung profitiert natürlich nicht davon. Ich denke, das rationale Argument ist auf jeden Fall da, diese Dienstwagenprivilegien abzuschaffen. Wir haben in der Studie übrigens auch gezeigt, dass die Abschaffung bis zu siebeneinhalb Prozent der Emissionen reduzieren könnte in Deutschland, auch weil Haushalte mit Dienstwagen 25 Prozent mehr Autos besitzen als die ohne. Das heißt, wir haben ja verschiedene Effekte, die hier zusammenkommen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man das zum Beispiel umwandelt in Mobilitätsbudgets oder andere Formen der klimafreundlicheren Mobilität, dann wäre es vermutlich von der Mehrheit deutlich unterstützt, da mit reinzugehen. Wir haben ja viele Bereiche, in denen wir Bevölkerungsmehrheiten haben, zum Beispiel bei den Fahrtauglichkeitsprüfungen, auch ein nicht ganz unwesentlicher Bestandteil deutscher Politik, dass es kein Ende gibt, bis zu dem man fahren darf. Da haben wir nachgewiesen, dass Fahrer ab 70 Jahren zu 80 Prozent Fitnesstests unterstützen. Also die älteren Leute würden da auch mit zustimmen, dass da ein bisschen genauer hingeschaut wird. Also ich denke, in vielen Bereichen haben wir diese Mehrheiten. Und manchmal muss man auch Maßnahmen durchführen, einfach, weil klar ist, dass diese initialen Gegenbewegungen am Ende verschwinden werden, weil einfach erst mal sich so eine Maßnahme bewähren muss, damit auch eine Bevölkerungsmehrheit dafür ist. Also ich bin sicher, als wir die Innenstädte in Deutschland verkehrsberuhigt haben, gab es auch starke Mehrheiten dagegen. Das wird heute niemand mehr zurückdrehen wollen. Genauso könnte ich mir vorstellen, dass wenn man zum Beispiel in den Städten Radnetze einrichtete, auf denen nur Fahrradfahrer unterwegs sein dürfen oder andere Formen aktiver Mobilität erlaubt sind, dann wäre das auch im Nachhinein ein sehr willkommenes Instrument, auch weil natürlich dann durch den Umstieg von mehr Leuten auf andere Formen der Mobilität diejenigen, die noch aufs Auto angewiesen sind, dann auch wieder mehr Platz hätten in den Städten. Also da muss man manchmal jetzt wirklich ein bisschen stärker nach vorne denken, um diese Dinge in der Foren zu bringen. Ich bleibe direkt mal bei Ihnen, Herr Göstling. Es gab auch die Frage mit dem Blick zum Beispiel auch ins nahe EU-Ausland, dass es sehr viele Maßnahmen gibt, die erfolgreich umgesetzt werden. Tempolimit, gut ausgebauter ÖPNV, zum Beispiel in Wien Radinfrastruktur. Da ist die Frage, warum fällt es Deutschland so schwer, von diesen Best-Best-Practice-Beispielen zu lernen und vielleicht auch im Anschluss, wie könnte man denn echte Verhaltensänderungen in der deutschen Bevölkerung bewirken? Ich glaube gar nicht, wie gesagt, dass wir diese Verhaltensänderungen bewirken müssen, sondern die kämen von selbst. Wir haben ja viele Dinge wirklich nachhaltig verändert in Deutschland in den letzten Jahren. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben eine Fahrradrevolution gehabt in diesem Land in den letzten Jahren. Es gibt kaum noch jemand, der nur Autofahrer ist. Das ist anders als in den 70ern. Und mit diesen Mehrheiten, die jetzt gewachsen sind, könnte man auch weiter nach vorne gehen. Ich glaube, die Politik ist gehemmt von zwei Dingen. Das Erste ist, dass man tatsächlich sich orientiert an diesen sehr lautstarken Minderheiten, die in Deutschland viel Raum einnehmen in der öffentlichen Debatte. Aber auch eben leider, dass Verkehrspolitik in Deutschland jahrzehntelang Industriepolitik gewesen ist. Wir haben ja gesehen, dass Verkehrsminister eigentlich eins zu eins immer in die Industrie gewechselt sind. Da darf man auch Herrn Wismann zum Beispiel mal nennen als Verkehrsminister, dann Präsident des Verbandes der deutschen Automobilindustrie. Das sind natürlich auch Prozesse, die man einfach mal jetzt ansprechen muss, dass diese Interessensverbindungen nicht im demokratischen Sinne sind, wenn wir jetzt die Verkehrswende bauen für Deutschland. Vielen Dank. Herr Kasten, glauben Sie denn, dass in dieser Koalition bezüglich der Verkehrswende noch positive Beschlüsse bezüglich Maßnahmen zur CO2-Reduktion im Verkehr kommen werden? Können Sie da eine Einschätzung geben? Herr Plötz hat das ja vorhin angesprochen. Mit dem novellierten Klimaschutzgesetz ist der Anreiz für die Regierung sehr gering. Die Projektionen, die zuletzt veröffentlicht wurden, haben gezeigt, dass in der Gesamtrechnung, dass die Budgets, die im Klimaschutzgesetz vorgegeben sind, eingehalten werden. Und dementsprechend gering ist der Anreiz für die Politik, zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen im Verkehrssektor anzugehen. Und wir hatten vorhin auch angesprochen, die Kosten, die im Effortsharing auf Deutschland zukommen, die werden auch erst in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre auf Deutschland zukommen. Ich würde es mir wünschen, wenn ich mir die Koalition und die unterschiedlichen Positionen in der Ampelregierung anschaue, bin ich da eher weniger optimistisch, dass zusätzliche Instrumente umgesetzt werden, weil die müssten auf nationaler Ebene umgesetzt werden. Und bisher sehen wir vor allem einen Push immer aus Europa. Die unangenehme Entscheidung wird immer nach Europa verlagert. Dort hat ein mit dem Green Deal, muss ich sagen, wurde ein sehr ambitioniertes Klimaschutzpaket geschnürt für den Verkehrssektor. Auf nationaler Ebene sind eigentlich alle wesentlichen Dinge getan. Und mit dem veränderten Klimaschutzgesetz besteht wirklich sehr wenig Anreiz. Das Einzige, was noch passieren könnte, die erneuerbare Energienrichtlinie für den Verkehr, die muss umgesetzt werden in den nächsten zwei Jahren. Das wird noch in dieser Legislatur passieren, aller Voraussicht nach. Dort könnte es noch kleinere Impulse geben. Aber ansonsten bin ich da weniger optimistisch. Herr Blotz. Ja, ich stelle Peter Kasten da voll und ganz zu. Ich glaube, große Pakete, große Veränderungen werden wir nicht mehr sehen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es gewisse Schritte gibt, sofern es in gewisser Weise auch industriepolitisch nützlich ist. Und das könnte zum Beispiel sein, dass wir bei der Dienstwagensteuer, da gibt es ja immer noch den Vorteil für die Plug-in-Hybride, dass man den ein bisschen abschwächt, um irgendwie weiter den batterieelektrischen Fahrzeugen da Auftrieb als Dienstwagen zu geben. Und bei der Ladeinfrastruktur für Elektro-LKW, weil das eine sehr starke, sehr drängende Forderung aus der LKW-Automobilindustrie ist, dass da jetzt nochmal so eine Art Umweltbonus für LKW, der ja leider den KTF-Haushaltskürzungen zum Opfer gefallen ist, wieder eingeführt ist, sehe ich haushaltstechnisch nicht. Aber ich glaube, bei der Infrastruktur wird noch einiges kommen. Aber das sind in der Tat eher kleinere, langfristige Sachen, die auch einen starken industriepolitischen Charakter haben. Da gibt es eine weitere Nachfrage zur Autoindustrie, und zwar die Frage, wie könnte man die Autoindustrie dazu bringen, kleinere Autos zu entwickeln, auch und gerade im E-Sektor. Vielleicht Herr Kasten? Ja, derzeit gibt es wenig Anreiz dafür. Wir haben ja eine CO2-Flotten-Zielwertregulierung. Dort werden die CO2-Emissionen reguliert und dementsprechend gehen dort alle elektrischen Fahrzeuge mit dem Wert Null ein und es gibt darüber keinen Anreiz. Und auch wenn man uns, das habe ich schon mehrfach angesprochen, die Abgaben und Steuern anschauen, dort gibt es auch keinen Anreiz, kleinere Fahrzeuge in den Markt zu bringen. Und aus einer Industriesicht ist es auch verständlich, dass man zunächst über eher größere Fahrzeuge versucht, eine neue Technologie in den Markt zu bringen, weil dort einfach größere Margen zu erwirtschaften sind. Und es eigentlich üblich ist, neue Technologien über zahlungskräftige Kunden in den Markt zu bringen, als Massenprodukt zu etablieren und dann eher auf kleinere Fahrzeuge zu gehen. Deswegen ist das Ganze sehr verständlich, was in der Automobilindustrie passiert, was angedacht ist und was auch in der europäischen CO2-Flotten-Zielwertregulierung als ein Prüfauftrag an die Kommission vergeben ist, ist eine Regulierung der Energieeffizienz für elektrische Fahrzeuge. Das wird sicherlich nicht in den nächsten ein, zwei Jahren passieren, dass eine solche Regulierung stattfindet, aber es wird 2026 das Review der CO2-Flotten-Zielwerte geben und im Rahmen dieses Reviews wird das sicherlich Thema werden, weil klar ist, je effizienter die Fahrzeuge werden, je kleiner die Fahrzeuge werden, auch je weniger wir fahren, also je mehr wir auf den öffentlichen Verkehr verlagern, auf andere Verkehrsträger verlagern, desto weniger Druck entsteht dann auf die anderen Sektoren. Also die Elektrofahrzeuge müssen auch mit erneuerbarem Strom versorgt werden und je effizienter wir fahren, desto weniger erneuerbaren Strom müssen wir auch im europäischen Verbundsystem produzieren. Und dementsprechend gibt es aus einer Gesamtperspektive, aus einer volkswirtschaftlichen Sicht, gibt es den Anreiz, auch den Energiebedarf der elektrischen Fahrzeuge zu regulieren. Und das ist jetzt noch nicht geschehen, weil wir einfach in einer sehr frühen Marktphase sind. Dankeschön. Zur Elektrifizierung und zum Energiebedarf haben wir auch eine komplette Nachfrage. Und zwar, wie viel grüne Energie bräuchte man, um den gesamten Verkehr in Deutschland zu elektrifizieren, inklusive Strom für Wasserstoff, Methan, Ammoniak? Genau, wie viel Energie müsste dazu gebaut werden? Herr Plötz, können Sie da eine Größenordnung geben? Ja, die Frage deutet ja an, dass nicht nur die Straße, sondern auch die anderen Verkehrsmittel mitgezählt werden sollen, weil jetzt Wasserstoff, Methan, E-Fuels im Straßenverkehr sicher keine oder nur eine relativ geringe Rolle spielen werden. Bevor ich eine Zahl nenne, muss man sich immer bewusst machen, die Elektrifizierung bedeutet, dass wir unglaublich viel Energie sparen. Weil wir ja im Moment Benzin, Diesel und andere erdölbasierte Energieträger importieren und nur ein Drittel oder weniger davon überhaupt für Bewegung nutzen und der Rest als Abwärme in die Luft geblasen wird. Das heißt, der Energieverbrauch in Deutschland sinkt erheblich um ungefähr zwei Drittel im Verkehr durch die Elektrifizierung. Aber für die, was wir an Energien sozusagen, was wir aber an Energie, Primärenergie einsparen, das ersetzen wir vor allem durch Strom. Und da reden wir von einer Größenordnung von etwas über 100 Terawattstunden, die wir da langfristig an Strom brauchen werden, vor allem für den straßengebundenen Verkehr. Bei Schiffen, Flugzeugen, muss man jetzt sehr genau schauen, wo kommen die her? Synthetische Kraftstoffe werden da wahrscheinlich nicht in Deutschland produziert, sondern da, wo es ein besonders günstiges Standort in Europa oder auf der Welt gibt und dann tendenziell importiert. Ja, Herr Gosten? Sie sind noch stumm geschaltet, Sie müssen sich einmal. Doch, einmal vergessen, mich wieder anzuschalten. Wir haben gerade mehrere Szenarien gerechnet, wo wir im Jahr 2045 klimaneutral werden, mit einer starken Elektrifizierung, auch in einer starken Verlagerung. Und in diesen Szenarien landen wir so in der Größenordnung 200 bis 250 Terawattstunden an Strombedarf für den Verkehr direkt. Das heißt, dann ist der Güterverkehr, der Straßengüterverkehr wesentlich elektrifiziert. Dann ist der Pkw-Verkehr zu großen Teilen elektrifiziert. Und es bleibt ein geringer Anteil noch an Kraftstoffen übrig, der über E-Fuels, Wasserstoff, wie auch immer, versorgt werden muss. Und da würde ich Patrick Plötz zustimmen. Eigentlich alle Studien weisen darauf hin, dass diese Kraftstoffe an Vorzugsstandorten außerhalb Deutschlands, vor allem, es kann sein, dass sie in Europa produziert werden. Bei den E-Fuels gehen wir davon aus, dass sie wahrscheinlich nicht in Europa produziert werden, sondern eher an Vorzugsstandorten irgendwo in der Welt und dann importiert werden. Und dementsprechend, wie in Deutschland, keine Kapazitäten dafür zu gestehen müssen. Und wenn man diese Summen an Strom hört, klingt das immer sehr viel. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir auch ein europäisches Verbundnetz haben. Also es wird oft vergessen, wir importieren gerade den kompletten Energiebedarf, fast den kompletten Energiebedarf für den Verkehrssektor. Und an die Stromwelt wird oft die Anforderung gestellt, jetzt müssen wir das alles in Deutschland zur Verfügung stellen, die Energie. Wir haben ein europäisches Verbundnetz und dort ist natürlich die Herausforderung auch nicht so groß. Oder wir haben dort mehr Möglichkeiten, den Strom erneuerbar zur Verfügung zu stellen, als wenn wir uns das Limit geben würden. Das müsste alles in Deutschland produziert werden. Weil diese Anforderungen erfüllen wir in der jetzigen Welt überhaupt nicht. Das haben wir im Rahmen des Krieges in der Ukraine gut kennengelernt, dass wir einen großen Anteil unserer Energie importieren. Und wir sollten uns jetzt nicht zukünftig die Anforderungen geben, wir müssen alles in Deutschland produzieren. Dazu haben wir ein europäisches Verbundnetz. Ja, vielen Dank für die Einordnung. Jetzt sind schon öfter die Stichworte E-Fuels, Wasserstoff, Biokraftstoffe, kam auch eine Frage dazu gefallen. Da die Frage an Sie, könnten diese alternativen Kraftstoffe eine Rolle spielen dabei, den Verkehr auf der Straße, jetzt konkret auf der Straße zu dekurbansieren? Oder gibt es eigentlich einen Konsens, das am sinnvollsten ist, alles zu elektrifizieren? Herr Plotz? Ja, vielleicht kann Peter nachher ergänzen. Also auf der einen Seite, ja, es gibt sehr breiten Konsens über viele wissenschaftliche Studien weg, dass nachhaltiger Straßenverkehr, sowohl Personenverkehr als auch Güterverkehr von direkter Stromnutzung dominiert werden wird und dominiert werden sollte, weil es klar die machbarste, günstigste, am schnellsten umsetzbare Lösung ist. Also Wasserstoff im Pkw ist wirklich gestorben. Es gibt jetzt quasi keine Hersteller mehr, die das irgendwie ernsthaft für großkallige Serien diskutieren oder favorisieren. Bei den Lkw ist die Situation noch ein bisschen gemischt. Da sagen inzwischen aber auch alle großen Lkw-Hersteller, dass auch die Stromnutzung bei klimaneutralen Lkw ganz stark dominieren wird. Da kann es eine kleine Rolle von Wasserstoff geben, wie groß die sein wird und ob die auch groß genug ist, um die Infrastruktur bereitzustellen und um diese Fahrzeuge zu produzieren. Das muss sich noch zeigen. Zu den Biokraftstoffen wollte ich kurz sagen, naja, wir haben ja schon einen sehr relevanten Anteil Biokraftstoffe im Straßenverkehr und auch in anderen Verkehrsträgern in Deutschland in erheblichem Umfang. Das leistet also heute schon einen Beitrag zu der bilanziellen Emissionsreduktion im Verkehr. Ob das eine größere Rolle in Zukunft spielen wird, da gibt es jetzt viele, viele Details, von welchen Biokraftstoffen sprechen wir, welche Rolle können E-Fuels da spielen, aber relativ klar ist, die nachhaltigen Biomassepotenziale sind sehr begrenzt. Das kann man vielleicht noch leicht ausbauen, aber es wird keine riesige dominierende Rolle spielen. Also zu glauben, dass wir einfach auf 100 Prozent Biomasse umsteigen und alle weiter Verbrennungsmotoren fahren, das wird es so nicht geben. Das ist irgendwie weder sinnvoll noch bezahlbar. Und es muss sich dann langfristig herausstellen, wie vielleicht gerade auch im Flugverkehr, welche Mischung aus Bio- und synthetischen Kraftstoffen wir da sehen werden. Sie hätten gerade die, ja, Herr Kasten noch kurz dazu. Also Patrick Plötz hat auch mich verwiesen. Vielleicht noch mal eine Ergänzung dazu. Ich glaube, die wichtige Nachricht hat Patrick Plötz schon genannt, das nachhaltige Biomassepotenzial ist stark eingeschränkt. Was noch hinzukommt, andere Sektoren wollen auch auf dieses nachhaltige Biomassepotenzial zugreifen. Die wollen auch auf den grünen Wasserstoff zugreifen. Und die chemische Industrie braucht auch ähnliche, also braucht auch E-Fuels ein bisschen anders ausgestaltet, am Ende, was aus der Raffinerie rauskommt. Aber im Endeffekt ist es das Gleiche, wie was der Verkehrssektor als E-Fuels haben will. Und wenn wir ein begrenztes, nachhaltiges Biomassepotenzial haben, wir werden auch bis weit in die 2030er-Jahre keinen Überschuss an Wasserstoff zur Verfügung haben, sehe ich nicht, wie diese Kraftstoffe eine superrelevante Rolle spielen können und sollten in der Klimaschutz, im Klimaschutz im Verkehr einfach, weil andere Sektoren das sehr viel nötiger haben als der Verkehrssektor. Und das zeigen eigentlich alle sektorübergreifenden Studien, dass aus volkswirtschaftlicher Sicht, aber auch generell aus Beissicht, die Biomasse und der grüne Wasserstoff in anderen Sektoren, in anderen Anwendungen sehr viel besser aufgehoben ist als jetzt im Straßenverkehr. Herr Gösling, ganz kurz eine organisatorische Frage. Es gibt sehr viele Nachfragen von Journalisten und Journalisten, was uns sehr freut. Wir könnten uns vorstellen, dass wir doch noch etwas mehr Zeit damit füllen könnten. Deswegen die Frage, wäre es für Sie okay, etwas zu überziehen, vielleicht sogar 15 Minuten? Oder müsste jemand von Ihnen zeitlich los? Okay, super. Dann gerne Herr Gösling noch dazu. Ich wollte noch ergänzen, dass wir natürlich im Moment den deutschen Verkehr betrachten, was nicht zum deutschen Verkehrklima bilanziell gehört, ist der internationale Flugverkehr, der im Moment in der EU sozusagen verortet ist. Das ist auch eine problematische Entwicklung, weil wir da sehen, dass die Emissionszuwächse recht dramatisch sind, da die Effizienzgewinne einfach nicht ausreichen, um dieses Wachstum, was dann immer noch jährlich stattfindet, aufzufangen. Und im Flugverkehr haben wir deutlich weniger Alternativen. Elektrisch wird da nichts laufen, in signifikantem Maß in der Zukunft. Das heißt, bei Biokraftstoffen, wo wir schon wissen, dass die Biomasse begrenzt sind, im Moment fliegen, also sind ja die Bio-Freibstoffe, die verwendet werden, vor allen Dingen altes Öl, Speiseöle und Schlachtabfälle. Das heißt, die Biomasse-Potenziale sind dann noch nicht gut erschlossen, aber die sind auch zu begrenzt, um einen größeren Teil, mehr als ein Drittel, des globalen Flugverkehrs, aufzufangen. Das bringt uns dann zur Frage zur Synthetischen. Und da reden wir viel drüber, als ob es diese synthetischen Treibstoffe schon gäbe. Das geht mit vielleicht Gas, aber nicht mit E-Kerosin. Es gibt keine einzige Produktionsanlage irgendwo in der Welt, die problemlos läuft. Und da reden wir von Kleinstproduktionsmengen. Ich sehe nicht, dass bis 2030 dieses Problem so gelöst ist, dass man auch nur über ein Hochskalieren dieser Technologie reden kann. Und das Energie-Input wird enorm sein. Für eine Kilowattstunde, die Sie nutzen in Form von Treibstoffen, müssen Sie vier Kilowattstunden investieren. Das wird möglicherweise sinken etwas in der Zukunft, aber da kommt ein gewaltiger Mehrstromverbrauch dann auf uns zu. Und diese Treibstoffe werden mit Sicherheit viel, viel, viel teurer sein als nur ein Faktor 3 im Verhältnis zu dem, was der aktuelle Weltmarktpreis ist. Das heißt, hier große technische und ökonomische Probleme bei der Umstrukturierung, worauf man dann eben auch entsprechend die Menschen vorbereiten sollte. Fliegen müsste sehr viel teurer werden, damit es dann eine realistische Chance gibt, diesen Sektor klimaneutral zu gestalten. Vielen Dank. Es gab auch noch eine weitere Frage zu den E-Fuels. Ich schätze mal, das bezieht sich vor allem auf den Straßenverkehr. Und zwar, genau, heißt das, dass E-Fuels nicht wirklich dabei helfen, unabhängiger von Treibstoffimporten zu werden? Herr Plotz, vielleicht kurz dazu. Nein, gar nicht. Also, es ist so ein bisschen wie, wir reden über Fliegenstaub. Können wir irgendwie, könnten wir statt Autofahren irgendwie Einhorn fliegen? Es gibt keine Einhörner. Und so wie Herr Gößling gerade ausgeführt hat, es gibt keine E-Fuels in irgendeinem relevanten Umfang. Es wird auch die nächsten fünf bis zehn Jahre keine E-Fuels in einem relevanten Umfang geben. Wenn es sie irgendwann mal nach 2035 in gewissen Mengen international gibt, dann werden die nicht in Deutschland und nicht in Europa produziert werden, sondern an den günstigsten Standorten weltweit. Nordafrika, Mittlerer Osten, vielleicht ganz an der Südspitze Südamerikas. Also das ist ein bisschen irgendwie Feenstaub und der wird auch nicht aus Europa kommen. Vielen Dank. Dann vielleicht noch mal zum Thema Elektrifizierung des Verkehrs. Herr Plotz, Sie hatten ja eben schon die Elektrifizierung von LKW angesprochen. Können Sie da einschätzen, wie schnell sich E-LKW durchsetzen werden, aus ökonomischen Gründen, für Kurzstrecken und für den Fernverkehr? Ja, also wir haben, so wie bei den Pkw, gibt es inzwischen auch bei den LKW, europäische CO2-Flottengrenzwerte. Das heißt, großer Treiber für die LKW-Automobilindustrie ist hier, auch CO2-neutrale Alternativen anbieten zu müssen und auch in den Markt zu bringen, erfolgreich und in relevanter Menge zu verkaufen, um die europäischen Emissionsreduktionsvorgaben zu erfüllen. Da gibt es auch mehrere Stufen, aber 2040 sollen eine 90-prozentige Emissionsreduktion gegenüber 2021 bei den Neuzulassungen der LKW europaweit stattfinden. Das ist also alles ein bisschen später jetzt als bei den Pkw, aber der Hochlauf wird irgendwie ähnlich verlaufen, nur ein bisschen zeitversetzt. Allerdings sind die Haltedauern bei den LKW sehr viel kürzer. Das heißt, der Bestand wird sich sehr viel schneller ändern. Es gibt inzwischen mehrere Rechnungen, die das einfach mal durchgerechnet haben und visualisieren und zeigen, dass wir vermutlich bei den LKW, also der Bestandsanteil E-Fahrzeuge, da werden die LKW die Pkw überholen. Also da wird die Transformation im Bestandssichersteller gehen. Auch das ist aber natürlich eine große Transformation mit vielen Herausforderungen. Der Logistikmarkt ist sehr divers. Da gibt es auch viele Bedenken bei Logistikern, aber am Ende ist es eine weniger emotionale Entscheidung als beim Privat-Pkw, weil die alle Geld verdienen müssen mit den Fahrzeugen. Und da sind sich die Studien extrem einig, dass es einen relevanten Kostenvorteil bei den E-LKW in den Gesamtnutzungskosten geben wird oder in manchen Anwendungen heute auch schon gibt. Sodass trotz der sozusagen der Umstellung, die wir da haben und der Zeit, die das alles braucht, wird die Transformation da kommen. Sie wird sehr schnell gehen und sie wird im Bestand sehr wahrscheinlich schneller als bei Pkw sein. Vielleicht, weil wir noch wirklich noch viele Fragen haben, gehe ich jetzt doch direkt mal weiter. Und zwar gab es auch eine Frage zu Pkw, dass obwohl die Ladeinfrastruktur jetzt zum Beispiel ganz gut ausgebaut ist, auch da der Hochlauf nicht so wirklich vorankommt. Woran hängt das denn aus Ihrer Sicht? Vielleicht, Herr Kasten, können Sie auch dazu was sagen? Oder sonst, Herr Plotz? Patrick, willst du als erstes? Ja, ich versuche es kurz zu machen. Es geistern jetzt viele kritische Meldungen durch die Presse, der Marktdurchlauf der Elektromobilität sei irgendwie schlecht und eingebrochen und ähnliche Schlagwörter. Das ist faktisch überhaupt nicht zutreffend. Also wir haben der Umweltbonus für Firmenwagen das letztes Jahr weggefallen und Ende des Jahres auch für Privatläufen. Und trotzdem sind Januar bis März nur 5% weniger ePkw, Plankergebiet und Batteriefahrzeuge als im Vorjahreszeitraum in Deutschland zugelassen worden. Also obwohl sozusagen in erheblichem Umfang Förderung weggefallen ist, gab es sozusagen nur einen ganz leichten Rückgang. Und global geht der Markt einfach weiter steil nach oben. Das ist jetzt vielleicht eine leichte Konsolidierung in die Neuzulassungen in Deutschland, aber in anderen europäischen Ländern sieht es weiterhin gut aus. Und wir werden vor allem Ende dieses Jahres und im Jahr 2025 durch die CO2-Flottengrenzwerte nochmal einen erheblichen Hochlauf in Europa bei Elektrofahrzeugen sehen. Wir bleiben bei dem Blick ins Ausland. Herr Gößling, wie ist das eigentlich in anderen EU-Ländern? Schaffen es die Länder, Emissionen im Verkehr zu verringern? Und wenn ja, wie machen die das? Ja, da kann ich vor allen Dingen aus Norwegen berichten, wo wir ja schon seit vielen Jahren eine Umstellung der Pkw-Flotten in Richtung elektrische Wagen haben. Das hat mit Anreizsystemen gut funktioniert. In der initialen Phase, es wird ab 2025 auch nicht mehr möglich sein, Neuzulassungen an Verbrennern zu bekommen. Das heißt, da ist dann auch die Grenze gesetzt durch die Politik. Ich war selber mal in einem Vortrag mit dem Umweltminister, der schon vor Jahren ganz klar geklärt hat, wie die CO2-Preise sich entwickeln werden und das auch festgelegt hat. Also dort wurde den Fahrunternehmen schon sehr klar eine Vorgabe gemacht für die nächsten zehn Jahre, an denen sie sich dann orientieren können, wenn sie jetzt neue Lkw einkaufen. Das heißt, aus dem Ausland würde ich sagen, die Kombination von Anreizsystemen, die natürlich auch durchaus so begründet sein kann, dass man eben fossile Mobilität teurer macht. Wir haben ja im Moment Kosten von circa 200 Euro pro Tonne, die tatsächliche faktische Klimakosten sind. Und natürlich wäre es fair, diese Kosten auch zu internalisieren. Und dann würde natürlich auch ein stärkeres Interesse an der Elektromobilität daraus erwachsen. Also ich denke, da gibt es einen Policy-Mix, den man nutzen könnte. Vor allen Dingen sind aber längerfristige Vorgaben wichtig, damit sich alle darauf vorbereiten können und entsprechend planen können. Dankeschön. Jetzt haben wir viel über Elektromobilität geredet. Herr Gösling, es gab aber auch noch eine Frage, inwiefern es für die Klimaneutralität wichtig wäre, dass Autofahrende nicht nur auf E-Mobilität umsteigen, sondern stattdessen auf den öffentlichen Verkehr oder auch aufs Radfahren zu Fuß gehen. Genau, vor allem im Hinblick, dass die Autos ja mit der Zeit immer größer werden, wie wir schon gehört haben. Das Land teilt sich da eigentlich in zwei Lager. Wir sehen ja in den großen Städten in Deutschland, dass schon 40 Prozent der Haushalte keinen PKW mehr haben. Wir sehen auf der anderen Seite auf dem Land, dass der Trend da manchmal eher zum dritten Auto als zum zweiten Auto geht. Und das sind natürlich Prozesse, die man auch steuern und beeinflussen kann. In Freiburg haben wir gesehen, dass durch in dem Fall eine gestaffelte Parkplatzabgabe öffentlicher Raum verursacht Kosten. Man hat einfach das umgelegt auf Autofahrer, die jetzt einen Anbrunnerparkplatz nutzen wollten, hat aber gesagt, es ist ein Unterschied, ob man einen Kleinwagen fährt oder einen großen SUV. Daraufhin gab es eine Dreierstaffelung, die ist dann leider gerichtlich gekippt worden nach einer Klage. Aber das wird wiederkommen. Die Idee ist einfach, dass sobald man Parkraum, der öffentlich ist, teurer macht, wie in Freiburg sehen, dass dann die Zahl der registrierten Fahrzeuge sofort runtergeht. Das heißt, kleine Anreize zeigen, schon oder kleine Malus-Einführungen, dass viel von dem Autoverkehr, den wir sehen, eben auch einer der Möglichkeiten ist. Ein Verkehrssystem ist ja immer im Äquilibrium, wenn Sie es also günstig machen, ein Auto zu haben. Im Moment ist ein deutscher Pkw nach unseren Berechnungen mit etwa 5.000 Euro im Jahr subventioniert. Dann werden natürlich auch mehr Leute das nutzen, wenn man die Subvention zurückfährt oder das anders strukturiert, dann geht die Nachfrage entsprechend zurück. Vielen Dank. Sie hatten schon die Unterschiede Stadt-Land angesprochen. Welche Maßnahmen wären denn sinnvoll, vielleicht konkret fürs Land zu treffen, Herr Gößling? Ja, das Land ist natürlich die Königsfrage. Das ist sehr schwierig, dort eine leistungsstarke Verkehrsinfrastruktur aufzubauen, die das Auto ersetzen kann. Wir müssen ja sicherstellen, dass alle Menschen in Deutschland mobil bleiben können. Also es darf niemand außen vorbleiben. Dann haben wir sofort Widerstände, die auch berechtigt sind. Wichtig ist also dort zu gucken, mit welchen zukünftigen Möglichkeiten wir auch arbeiten können, wenn die autonome Mobilität dann mal kommt. Da habe ich geklärt mit Managern bei Uber zum Beispiel. Es ist durchaus auch möglich, dort einen Abholservice zu gewährleisten, der sehr flexibel arbeiten kann. und ohne lange Wartezeiten es ermöglichen würde, auch Leute zu transportieren, ohne dass man auf dem Bus warten muss, ohne dass man irgendwo zur nächsten Bahnstation laufen muss und vielleicht auch im Pool verfahren, dass dann durch den Algorithmus verschiedene Leute gemeinsam fahren, was sich in anderen Ländern wie Österreich als sehr populär, gerade auch bei älteren Menschen gezeigt hat. Also wir haben dann da, glaube ich, eine Schwierigkeit, gerade auf dem Land, da eine gute Infrastruktur zu gewährleisten. Aber in Baden-Württemberg sehen wir, dass man, wenn man mit den entsprechenden Einsätzen auch arbeitet, dann der ÖPNV auch flächig funktionieren kann. Vielen Dank. Noch einmal zu den politischen Rahmenbedingungen und den Fördergeldern. Da gab es eine Frage dazu, dass der Klimarat in seinem Bericht erwähnt hat, dass viele Milliarden Fördergelder für die Verkehrswende nicht genutzt werden, also zum Beispiel für E-Nutzfahrzeuge, Derenadeinfrastruktur oder Paradparkhäuser. Woran könnte das Ihrer Meinung nach liegen und was sollte der Bund tun, wenn Geld da ist, was niemand nutzt? Herr Kasten? Ich muss kurz drüber nachdenken. Hat sonst jemand dazu direkt einen Einfall? Ansonsten können wir auch erst mal zu einer weiteren Frage gehen. Also fällt mir jetzt spontan keine gute Antwort. Also ich wüsste jetzt auch nicht, auf was sich der Expertenrat da bezieht, wo besonders viel Geld übrig sein soll. Also es gibt ein paar Programme, da sind irgendwie Mittel im Bundeshaushalt bereitgestellt, aber die Programme sind noch nicht fertig. Also da öffentliche Ladeinfrastruktur zum Beispiel, da wartet man noch auf ein europäisches Gerichtsurteil, damit da Rechtssicherheit besteht und alles. Also es gibt einige Mittel, die sind allokiert, aber die sind aus verschiedensten Gründen noch nicht abgerufen worden. Also dass da irgendwo massenhaft irgendwie Geld rumliegt, das nicht abgerufen wird, das kann vielleicht in Nischen beim Radverkehr oder so sein, aber im Großen und Ganzen sehe ich das nicht als irgendwie ein relevantes Thema an. Okay, vielen Dank. Eine andere konkrete Nachfrage, auch zum Thema Umstieg auf E-Autos. Was sollte aus Ihrer Sicht denn mit dem Verbrennerbestand passieren, der immer weiter wächst, wenn jetzt ein Umstieg auf E-Mobilität stattfindet? Ja, Herr Plutz. Vielleicht fange ich ganz kurz an. Ich finde es eine sehr relevante Frage. Also wir sehen, dass selbst die europäischen CO2-Flottengrenzwerte jetzt mit der Umstellung auf e-Pkw durch die Neuzulassung, das ist ein sehr großer Hebel und ist ein extrem wichtiges Instrument, aber es wird nicht reichen, um irgendwie einen europäischen Beitrag zu einem Pariser Klimaschutzabkommen zu leisten. Also es geht damit die Bestandsumwälzung trotzdem zu langsam und das Thema, wie kriegen wir die Verbrenner aus dem Bestand, wird uns die nächsten Jahre, glaube ich, mehr und mehr beschäftigen. Gerade so Richtung 2030 wird es ein aufkommendes Thema werden. Eine Sache, also ein starkes Politikinstrument ist schon genannt worden, das ist der ETS2, also der CO2-Preis für Straße und Gebäude. Der schafft ja einen starken Anreiz, weniger fossile Fahrzeuge zu nutzen. Das ist sozusagen für die Nutzung ein Instrument, das wir da haben, das an Bedeutung zunehmen könnte. Aber wir werden trotzdem vermutlich da zusätzliche Maßnahmen in den 20er, 30er Jahren brauchen und da gibt es jetzt noch kein so, es ist noch wenig Studien zu und keinen großen Konsens, was das sein könnte. Es gibt Ideen, Retrofit zu machen, also alte Fahrzeuge vielleicht in Süd- und Osteuropa auf ePkw umzurüsten. Elektrische Straßensysteme werden diskutiert. Aber so ganz genau, es wird ein wichtiges Thema werden, aber bis auf ETS2 sehe ich noch keine wirklich ernsthaft diskutierten Maßnahmen. Peter, du wolltest ergänzen? Ja, also ich kann langsam zur Abschlussfrage kommen. Ganz kurz darauf noch eingehend, ich sehe das ähnlich, dass das jetzt noch kein Thema ist. Ich glaube, das wird in den 2030ern ein Thema werden und es ist vor allem ein sozialpolitisches Thema. Die elektrischen Fahrzeuge wandern ja erst langsam durch den Bestand und niedrige Haushalt, niedrige Einkommen, kaufen sich Gebrauchtwagen und dementsprechend werden verbrennungsmotorisch Gebrauchtwagen bei niedrigen Einkommen noch im Bestand sein in einer Zeit, in der der ETS-Preis sehr hoch ist. Und dementsprechend wird das vor allem eine sozialpolitische Frage werden und da muss man sagen, ist die Diskussion gerade erst losgegangen. Das werden Ideen über Scrappage-Schemes auf Deutsch Abwrackprämien geführt, Social Leasing ist in Frankreich eingeführt. Das sind dann Instrumente, die gerade diskutiert werden, die vielleicht gerade neu auch mal implementiert wurden. Aber da sind wir gerade noch am Anfang zu diskutieren, aber es wird die nächsten Jahre ein relevantes Thema werden in der Forschung erst mal und dann in der realen Umsetzung in den 30er Jahren, 20, 30er Jahren. Vielen Dank. Als Abschluss würde ich gerne eine Frage an Sie alle drei, an der auch großes Interesse jetzt der Journalisten und Journalisten besteht und zwar die Frage, welche vier, fünf zentralen Maßnahmen, vielleicht jeder von Ihnen ein bis zwei nennen, jetzt den deutschen Verkehrsbereich dahin bringen könnten, Klimaziele zu erreichen. Gerne dann dazu sagen, wie viel CO2-Äquivalente die Maßnahme ungefähr einsparen könnte und ob das eher kurzfristig oder langfristig wirkt. Herr Gößling, mögen Sie anfangen? Ja, ich würde mich da orientieren an dem, was eine deutliche Mehrheit der deutschen Bevölkerung sich wünscht. Das wäre ein Tempolimit. Bei 130 wäre es sicherlich sehr, wäre es sicherlich nicht kontrovers, das einzuführen und die damit verbundenen Effekte wären eben vielfältig. Es würde nicht nur für einen gleichmäßigen Verkehr sorgen, auf deutschen Autobahnen, viele Fatomstaus würden auch verschwinden, dann die Missionen würden in einer Größenordnung, ja, es hängt ein bisschen davon ab. Es gibt die schnellen Effekte, die wären vielleicht nur ein paar Prozent, aber dann gibt es auch die längerfristigen Effekte, weil möglicherweise dann auch bei der Motorisierung mal ein bisschen über Alternativen nachgedacht wird und außerdem dann andere Verkehrsträger attraktiver werden. Wir hätten sicherlich viel weniger Unfälle auch, weniger Verkehrstote. Das wären alles positive Begleiterscheinungen von so einer Maßnahme. Deswegen ist das meine persönlich Favorisierte einfach, es gibt schon so lange diesen Konsens, das einzuführen im Land. Das könnte man schneller umsetzen. Herr Kasten? Sehr ganz so. Also, ja, ich würde, ich bin gespannt, was ich Patrick noch übrig lasse. Ich würde zwei, zwei Instrumente ergänzen. Das Tempolimit, ganz klar, das ist, wurde vorhin schon gesagt, einfach zu implementieren, bringt viel, gibt eine Zustimmung dazu. Würde ich auch unterstützen, ganz wichtig, um strukturell die Elektrifizierung zu beschleunigen in Deutschland, dass da würde ein CO2-Malus beim Neuwagenkauf, beim Neu-Pkw-Kauf stark unterstützen. Das heißt, dass im Rahmen der Kfz-Steuer im ersten Jahr der Zulassung eine zusätzliche CO2-Komponente eingeführt wird, dass Fahrzeuge, die über einem gewissen Emissionswert liegen, diese CO2-Abgabe zusätzlich abführen müssen und dementsprechend ökonomisch elektrische Fahrzeuge besser gestellt werden. Das ist eigentlich in der gesamten Community das präferierte Instrument, um den Elektromobilitätshochlauf zu beschleunigen. Es hat den Vorteil gegenüber dem ETS, dass beim Fahrzeugkauf, also bei der Investitionsentscheidung, und die ist in der, also ein Fahrzeugkäufer rechnet keine Gesamtkostenrechnung, der macht sich keine Gedanken, wie wird sich ein ETS-2-Preis entwickeln in fünf Jahren, sondern der Käufer oder die Käuferin überlegt sich beim Fahrzeugkauf, was kostet das Fahrzeug und dementsprechend setzt das da an. Das zweite Instrument, langfristig extrem wichtig, meiner Einschätzung nach, für den Finanzminister oder Finanzministerin, weil die Energiesteuereinnahmen zurückgehen werden, aber auch für aus klimapolitischer Sicht, aus Energiesystemsicht, ist die Einführung einer fahrleistungsabhängigen Pkw-Maut, dass wir einfach die externen Kosten, die hatte Herr Gößling vorhin angesprochen, des Verkehrs internalisieren, dass es dort ein Preissignal gibt, unabhängig vom Antrieb. Das wird eine sehr aufwendige Diskussion werden, man muss es gut vorbereiten, kommunikativ gut vorbereiten. Das wäre jetzt so meine zweite Maßnahme, die ich ins Rennen schicken würde, die man möglichst bald angehen sollte. Ich hätte noch mehr am Petto, aber das wären jetzt die beiden, die ich jetzt genannt habe und lasse Patrick noch überlegen, was er noch hinzufügt. Danke, vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Lässt sich bei den beiden Maßnahmen ungefähr sagen, welche CO2-Reduktionen die bewirken könnten? Oder ist das jetzt schwierig, eine Größenordnung zu geben? Wir haben bei dem Malus verschiedene Szenarien gerechnet. Wir haben da keine Einzelmaßnahmenbewertung gemacht, deswegen ist das schwierig. Wenn ich es jetzt abschätzen müsste, würde ich aber für das Jahr 2030 so die Größenordnung, hoher einstelliger Millionen-Tonnen-Bereich, vielleicht sogar knapp zweistellig. Aber das ist jetzt wirklich sehr geschätzt. Bei einer Einführung einer Fahrleistungsamhänge Pkw-Maut, da sind wir schon in einer Welt, die sehr stark elektrifiziert ist oder die stärker elektrifiziert ist. Deswegen ist die Dreipostgas-Minderungswirkung gar nicht so hoch. Aber da geht es eher darum, dass das Gesamtsystem umweltfreundlicher wird und dass die Auswirkung auf die anderen Sektoren weniger stark stattfindet. Und wie gesagt, auch ein Finanzministerium wird sich freuen, wenn die Ausfälle aus der Energiesteuer irgendwie ausgeglichen werden. Okay, vielen Dank. Herr Platz, ist noch was für Sie übrig? Vielleicht sogar auch eine Sofortmaßnahme, die nichts mit Autos zu tun hat, wenn Ihnen da was einfällt. Unbedingt. Also ich fände es neben den genannten Themen eine große Baustelle, das ist fast eher ein Maßnahmenpaket, ist der Umbau klimaschädlicher Subventionen, die Dieselsteuer, die Entfernungspauschale, das Dienstwagenprivileg, um nur einige zu nennen, die wirken eher mittel- bis langfristig, gerade bei der Entfernungspauschale, man wechselt in der Regel den Wohn- oder Arbeitsort nicht so oft, kann aber auch ein paar kurzfristige Effekte haben, weil ich mir dann überlege, ab nächstem Jahr vielleicht doch mehr Bahn oder Fahrrad zu fahren. Also der Umbau klimaschädlicher Subventionen kann mittelfristig in wenigen Jahren schon je nach Ausgestaltung einige Megatonnen CO2-Minderungen einbringen und ist aber langfristig ein sehr, sehr großer Hebel, um uns aus dieser fossilen Welt rauszubringen und uns auf den klaren langfristigen Pfad klimaneutraler Verkehr zu bringen und kann dann langfristig auch der gesamte Umbau gut zweistellige Megatonnen pro Jahr einsparen. Okay, vielen Dank. Damit würden wir jetzt auch langsam zum Ende des Pressbriefings kommen. Vielen Dank erstmal an Sie, liebe Experten, und auch an die Journalistinnen und Journalisten, die hier teilgenommen haben. Ich fand es sehr interessant und hoffe, dass auch Sie Neues mitgenommen haben. Danke auch an meine Kolleginnen und Kollegen, die hier im Hintergrund supportet haben. Und noch einmal der Hinweis an die Journalistinnen und Journalisten. Sie finden die Aufnahme zum Pressbriefing etwa in einer Stunde unter dem Link in der Einladungsmail und bei Fragen melden Sie sich gerne unter redaktion at science-mediacenter.de. Da wünsche ich heute noch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Auf Wiedersehen und Tschüss. Dankeschön. Danke.